Ich sehe eine sehr große, tiefe Frömmigkeit, auch Volksfrömmigkeit hier vor den großen Reliquien, die hier verehrt werden. Und ich bin sehr beeindruckt von der tiefen Frömmigkeit. Ich hatte eigentlich schon immer vor, auch mal Aachen zu erleben. Jetzt bin ich froh, dass ich das das zweite Mal erfahren darf. Es ist wie beim Heiligen Rock ein Zeichen für die Menschwerden. Und hier kommt noch dazu, auch Menschen, die aus der Umgebung Jesu stammen, haben hier Andenken, mit denen die Gläubigen in Berührung kommen. Und hier kommt noch dazu, auch Menschen, die aus der Umgebung Jesu stammen.